In Amerika ist das ja üblicher. Ich erinnere mich an eine Shepherds Conference in Los Angeles und da klatschen die Brüder manchmal so zwischendurch. Ich will sie jetzt nicht dazu ermutigen, wenn sie einfach irgendeiner Sache zustimmen. Und dann hat einmal der gediegene Ian H. Murray auch gesprochen, ein ganz distinguierter Brite, der der Chefbiograf von Martin Lloyd-Jones gewesen ist. Und er konnte es dann doch nicht unterlassen, vor diesen Tausenden von Pastoren zu sagen, dass das mit dem Klatschen eigentlich nicht so eine gute Sache wäre. Und da haben auch wieder einige geklatscht. Und dann hat John MacArthur, als er dann den nächsten Part hat, einfach versucht, das zu erklären. Er hat gesagt, wir fördern das hier nicht, aber es ist einfach bei vielen Brüdern der Ausdruck, ihre Dankbarkeit und ihre Zustimmung auszudrücken. Und deswegen unterdrücken wir es auch nicht. Okay, in Amerika ist alles ein bisschen anders, aber wir wollen damit ja in keiner Weise die Ehre Gottes mindern und den Dank an Ina. Wir freuen uns, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, in dieser Weise einander zu dienen, auch mit der Musik zum Beispiel. Und deswegen war es auch schön, dass wir dieses zum Ausdruck bringen konnten. Wir werden noch mehr Musik heute Nachmittag hören. Wir werden miteinander singen. Es wird, wenn Gott das schenkt, wieder ein ganz ausgefüllter halber Tag werden, so wie heute Vormittag auch. Und wir können uns auch darauf freuen, dann schon einen ersten Glimpse, so einen ersten Blick drauf zu bekommen, was uns dann in den drei Seminaren heute Abend erwartet. Aber jetzt gehen wir den nächsten großen Schritt und eigentlich ist das ein Unding, um diese Zeit das zu tun, zu einer Zeit, wo Leute entweder spazieren gehen oder Mittagsschläfchen halten oder Kaffee trinken. Und wir nehmen diese Zeit eben, um Zweite Thessalonicher 2 zu studieren. Das ist ein bisschen Harakiri, aber Sie sind ja hier doch harte Sitten und Gebräuche gewohnt. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, lasst uns zu Beginn noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du deinem Knecht und Apostel Paulus diesen Text geschenkt hast, den wir an diesem Wochenende miteinander studieren und bearbeiten dürfen. Wir danken dir, dass wir dir darin begegnen, weil du ihm das gegeben hast. Und wir bitten dich, hilfst, dass wir erkennen, was du uns weiter damit sagen willst, auch heute Nachmittag in diesem zweiten Kapitel. Herr, wir bitten dich, dass du uns innere Spannkraft dafür schenkst und Wachheit und Freude an deinem Wort. Amen. Was kommt auf uns zu, die Gemeinde und der Antichrist? Was ich hier erzähle, ist wirklich passiert. Das wurde mir vor vielen Jahren glaubhaft von einer Christin berichtet. Ihr kleiner Sohn hatte genau zugehört im Kindergottesdienst. Das Thema war gewesen die Wiederkunft Jesu und die Entrückung der Gemeinde. Auf der Zielgerade der Geschichte wird Jesus seine Gemeinde zu sich holen. Es werden dann alle dabei sein, die zu ihm gehören, aber einige werden zurückbleiben und merken, dass sie nicht zu ihm gehören. Wenige Tage später machte der Kleine wie üblich seinen Mittagsschlaf. Irgendwann wachte er dann auf und wollte seine Mutter etwas fragen. Er rief nach ihr und es gab keine Antwort. Niemand hörte. Er lief die Treppe ins Erdgeschuss hinunter, aber keiner zu sehen, weder die Mutter noch der Vater. Er flitzte durch die einzelnen Räume, schließlich in den Keller. Auch seine Geschwister waren nirgendwo zu finden. Auch nicht draußen im Garten. Und Sie ahnen schon, jetzt dämmerte es dem Kleinen. Er erinnerte sich an den Kindergottesdienst und da packte ihn die Panik. Was ist, wenn in der Zeit, als ich Mittagsschlaf gemacht habe, die Entrückung geschehen ist? Und ich bin nicht dabei. Und ich werde hier zurückgelassen auf der Erde. Er kannte nicht mal die Serie Left Behind, diesen Roman aus der christlichen Szene in Amerika entstanden, wo eine Familie durch die Entrückung plötzlich auseinandergerissen wird. Und der Vater und eins von den Kindern bleiben zurück. Und mitten in den Wirren der dann folgenden Ereignisse merken Sie, dass die Bibel doch realistisch ist. Warum erzähle ich das? Weil es den Thessalonichern ganz ähnlich ging wie dem kleinen Jungen. Sie wurden plötzlich von der Panik gepackt und total verunsichert, weil unter ihnen plötzlich diese Parole aufkam. Kann es sein, dass die Entrückung schon passiert ist? Und wir sind nicht dabei. Und plötzlich wucherten die Spekulationen. Ist die Wiederkunft Jesu am Ende schon geschehen? Wo steht Gottes Zeiger auf der Weltenuhr eigentlich wirklich? Paulus hatte sie differenziert, über die Endzeit unterrichtet. Wir sehen das ja dann auch in unserem Kapitel. Kapitel 2. Immer wenn ich kein Kapitel sage, meine ich Kapitel 2. Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies alles sagte, als ich noch bei euch war? Aber plötzlich schien alles nicht mehr zusammenzupassen. Und es schien alles keinen Sinn mehr zu ergeben. Die gesamte Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, erschien ihnen nur noch wie ein Chaos. Und es gab genügend Horrormeldungen und Sensationsthesen. Und es blühten die wildesten Spekulationen über die Endzeit. Kennen wir das nicht aus der christlichen Szene? Auch unter Glaubensgeschwistern, die es wirklich ernst meinen. Aber völlig durcheinandergebracht sind und sagen, wer könnte der Antichrist jetzt sein? An welcher Stelle Offenbarung könnten wir uns möglicherweise befinden? Und natürlich hat das Corona-Regime der letzten 18 Monate solche Spekulationen befeuert und einen fruchtbaren Boden dafür geschaffen. In der ersten Phase, also ab März 20, als viele noch dem Regierungsnarrativ glaubten und als viele wirklich noch meinten, sich auf ein Horrorvirus einstellen zu müssen, da sagten einige, Corona, das ist die endzeitliche Strafe Gottes. Wenigstens eine Vorschattung dieser großen Seuchen. Jetzt kommt es, jetzt geht es los. Nun, wenn jemand seine Informationen nur aus ARD oder ZDF oder Deutschlandshund bezog, dann konnte er dieser Erzählung noch wochenlang aufsitzen. John MacArthur hat mal so schön, weil ja in Amerika eine ähnliche Diskussionssituation damals bestand, gesagt, also wer behauptet, dass dieses Virus irgendeinen endgeschichtlichen Charakter hätte, der soll einfach mal ab Offenbarung 6 lesen, wie es dann wirklich sein wird. Und der soll das mal vergleichen mit dem, was wir hier vor unseren Augen haben. Dann wird er sehr schnell merken, dass es doch eine völlig andere Kategorie ist. Und sogar heute gibt es ja einige, die immer noch am Horrorvirus festhalten, obwohl inzwischen so viele Fakten offen auf dem Tisch liegen, die eindeutig das Gegenteil beweisen. Also, ich kann Ihnen ein paar ganz gute Bücher dazu empfehlen, in denen einfach solide informiert wird, wie dieses Buch von Gunter Frank, der Staatsvirus oder auch die Professoren Lüttke und Esfeld und die Freiheitsfragezeichen, wie die Corona-Politik und der Missbrauch der Wissenschaft unsere Gesellschaft bedrohen. Da kann man sich gut informieren. Und man müsste nur mal über die dänische Grenze schauen und sehen, dass die Menschen dort offensichtlich in einer völlig anderen Wirklichkeit leben, als uns viele Mächtige hier immer noch glauben machen wollen. Und Sie haben das gehört, auch diese Meldung von der Intensivbettenbelegung. Da war ja eine Untersuchung in Auftrag gegeben worden vom Bundesgesundheitsministerium. Und dann ist dieses Gutachten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung erstellt worden. Das ist vor einigen Tagen bekannt geworden. Und Sie schreiben dort in Ihrer Analyse, dass im beobachteten Zeitraum gab es in Deutschland seit Beginn der Covid-19-Pandemie ab Mitte März durchgehend weniger stationäre Fälle, und zwar im Zeitraum bis Ende Mai um circa 30 Prozent und dann ab einschließend des Zeitraums der zweiten Welle um 10 Prozent. Und dann ziehen Sie die Bilanz und sagen, im Resultat sank die Bettenauslastung auf einen Allzeittiefpunkt von 67,3 Prozent und 68,6 auf den Intensivstationen. Dies berücksichtigt bereits die Versorgung der Covid-19-Patienten für deren stationäre Versorgung. Im Jahresschnitt unter Berücksichtigung der Überleger zwei Prozent aller Betten und knapp vier Prozent der Intensivbetten benötigt wurden. Natürlich mit zeitlichen und geografischen Spitzen. Sie haben sich nicht verhört. Knapp zwei Prozent aller Betten, knapp vier Prozent der Intensivbetten, ein Allzeittiefpunkt von 67,3 Prozent. Und ein Mediziner, der diese Daten zusammengefasst hat, schrieb dann, zwei Prozent Covid-Krankenausbildung in Deutschland beweist, dass zu keinem Zeitpunkt eine epidemische Lage nationaler Tragweite drohte. Und das versteht jeder. Zitat Ende. Aber bei vielen, die das durchschauen, drängt sich ein anderes Merken endzeitlicher Zuspitzung immer deutlicher in den Vordergrund. Also nicht Seuchen und Massensterben, sondern die zunehmende Ausprägung totalitärer Strukturen. Immer lauter und immer frecher werden jene Stimmen, die globale Machtstrukturen fordern und dabei ganz offen zugeben, dass dafür jetzt aber mal konkrete Schritte nötig werden. Die weitere Aufhebung der nationalen Souveränität, die massiv vorangetriebene Digitalisierung inklusive der Abschaffung des Bargeldes, eine engmaschige Überwachung und Indoktrinierung der Bevölkerung. Die Menschen sollen weich gekocht werden, um die Beraubung ihrer Grundrechte als normal hinzunehmen und nicht für die Wiedergewinnung ihrer Freiheit zu kämpfen. Und der Wille und die Selbstbestimmung des Einzelnen sollen dabei so weit gebeugt werden, dass die Menschen sogar bereit werden, die kleinen Körper ihrer Kinder für ein medizinisches Massenexperiment zur Verfügung zu stellen, dessen Ausgang völlig ungewiss ist. Und wir haben in diesen Monaten eine atemberaubende Verführbarkeit der Massen beobachtet, die sich fast willenlos mitziehen ließen. Durch das Mittel, dass man massiven Druck auf sie ausübte über einen längeren Zeitraum hinweg. Massiver Druck über einen längeren Zeitraum hinweg. Und die Frage ist, wie sollen wir diese Situation richtig einordnen? Gerade jetzt wären Balance gefordert zwischen Wachsamkeit und Nüchternheit. Die Balance zwischen Verharmlosung auf der einen Seite und Dramatisierung auf der anderen. Wie sollen wir mit dieser Lage jetzt umgehen? Und vor einer ganz ähnlichen Herausforderung standen die Glaubensgeschwister in Thessalonich. Und darum kann ich nur wirklich eine göttliche Führung darin erkennen, dass Gottes Logistik uns gerade jetzt zu diesen Bibeltagen das Thema des Antichristen auf die Tagesordnung gesetzt hat. Viele Christen sind verunsichert. Viele fragen sich, wie sollen wir diese Entwicklung wirklich einschätzen? Wie sollen wir das heilsgeschichtlich einordnen? Und man hört immer wieder von Christen, die sich darauf vorbereiten, auszuwandern. Viele Christen zum Beispiel entwickeln zunehmend Pläne, nach Dänemark auszuwandern. Und ich kann das irgendwo verstehen, wenn jemand kleine Kinder hat und sagt, ich kann nicht zugucken, wie diese kleinen Kinder den Plänen dieses Staates weiter ausgeliefert werden. Ich denke, das kann man verstehen. Aber die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen müssen, ist, wo ist mein Platz? Und für wen trage ich Verantwortung? Wann darf ich gehen? Und wo muss ich bleiben? Die Thessalonicher hätten uns verstanden. Denn auch bei ihnen schien sich in diesen Tagen wirklich Panik breit zu machen, wie wir hier in Vers 2 lesen können. Paulus beginnt zunächst damit in Vers 1, dass er sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Bei der Gelegenheit möchte ich jetzt hinweisen auf die Hilfsmittel für heute Nachmittag. Damit Sie sich ganz konzentrieren auf die Papers, habe ich heute mal die PowerPoint-Präsentation weggelassen. Es ist also dieser Zettel, zweiter Vortrag steht da groß oben drüber. Da haben Sie eine übersichtliche, wie ich hoffe, Gliederung. Ich werde mich immer wieder darauf beziehen. Auf der Rückseite finden Sie eine kleine Konkordanz zu Stichworten, die mit Endzeit zu tun haben und jeweils die Bibelstellen, die zu diesen Themen gehören. Das brauchen Sie heute Nachmittag und dann brauchen Sie diese Skizze Übersicht der endzeitlichen Ereignisse. Wenn Sie diese beiden Zettel irgendwie zur Hand haben und neben Ihre Bibel legen, ich denke, dann sind Sie ganz gut darauf vorbereitet, heute Nachmittag nicht einzuschlafen. Okay. Paulus sagt also in Vers 2, lasst euch nicht erschüttern. Und zwar wörtlich sagt er, lasst euch nicht abbringen in eurem Sinn oder weg vom Verstand wörtlich. Lasst euch nicht ins Wanken ziehen und euren Verstand benebeln. Panik betäubt immer das Denken. Paulus sagt, lasst euch nicht wegziehen vom gesunden Menschenverstand oder gar in Schrecken jagen. Und für die Panik gab es bestimmte Auslöser. Es war nicht nur die allgemeine Drucksituation. Ja, die war es auch. Johannes hat uns das ja geschildert. Und wir haben das ja in Kapitel 1 auch gelesen. In Vers 4 euer standhaftes Ausharren in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Das war dieser äußere Druck. Aber der unmittelbare Auslöser war eine gezielte Falschmeldung, die bestimmte Leute absichtlich und perfide in der Gemeinde verbreitet hatten. Theologische Fake News. Und das ist unser erster Punkt. Falschmeldungen über die Endzeit. Was kommt auf uns zu, haben sie sich gefragt. Und Paulus erklärt ihnen das jetzt folgendermaßen. Wir bitten euch aber, Vers 1, ihr Brüder, da sind die Schwestern immer mit eingeschlossen, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken einjagen, als wäre der Tag des Herrn schon da. Also es geht in Vers 1 um die Wiederkunft unseres Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Johannes hat heute Vormittag erklärt, dass es hier um den Teil 1 der Wiederkunft Jesu geht. Und Sie finden das auch auf diesem Paper, die beiden grauen Kästen links. Die Entrückung der Gemeinde und dann beginnt die Trübsalszeit und dann die endgültige Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches zu dieser Schlacht von Hermageddon, wo er dann den Antichristen stellen wird. Aber was wir hier in Vers 1 haben, ist der Teil der Wiederkunft, wo es um die Entrückung der Gemeinde geht. Also das Problem für die Thessalonicher war, sie fürchteten, sie befinden sich schon am zweiten grauen Kasten und sie hätten den ersten irgendwie verpasst. Und Paulus spricht hier in Vers 1 ausdrücklich die erste Etappe an, die Entrückung. Und er nennt die Entrückung hier und er nennt sie nur hier so Episynagoge. Das heißt, die Versammlung, das sich versammeln, das vereinigen. Und Sie hören, da steckt das Wort Synagoge mit drin, wo man sich ja auch versammelt. Also die Gemeinde wird Episynagoge mit ihrem Herrn zusammengebracht und vereinigt im Ereignis der Entrückung. Es geht also um die erste Etappe der Wiederkunft. Und darauf hatten die Thessalonicher gewartet. Darauf hatten sie sich eingestellt. Und ja, sie hatten das schon eingepreist, dass bis dahin noch Druck zu bestehen sei. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber ihnen war klar gewesen und das war auch exegetisch richtig, mit diesem Druck ist nicht dieser satanische Höhepunkt des Endgeschehens gemeint, wenn der Antichrist die Maske fallen lässt. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Ja, wir werden die ersten Vorboten mit zu spüren bekommen. Das ja. Aber wir werden diesen großen Tag des Herrn, dieses abschließenden Gerichtes dann und nicht mehr miterleben. Dann sind wir schon beim Herrn. Dann sind wir schon mit ihm Episynagoge vereint. So, und dann war die Falschmeldung aufgetaucht. Und diese Falschmeldung hatte sich breit gemacht und hatte die Herzen verwirrt, als wäre der Tag des Herrn schon da. Als wären wir schon im zweiten grauen Kasten. Und das hätte bedeutet, sie haben die Entrückung verpasst. Wie der kleine Junge. Und wo ist Jesus nun? Ja, und wenn das jetzt der Tag des Herrn sein soll, warum kommt er da nicht spätestens jetzt? Ist das auch schon passiert? Oder fällt die Wiederkunft aus? Was haben wir verpasst? Kein Wunder, dass die in Panik geraten. Und sie geraten umso mehr in Panik, als diese Falschmeldung mit einer großen vermeintlichen Autorität unterstrichen wird, Vers 2, durch einen Geist, durch ein Wort, durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Also da war einer offensichtlich aufgetreten, ein falscher Prophet, hat gesagt, der Geist hat mir gesagt, der Tag des Herrn ist schon da. Und ein anderer hatte möglicherweise kurzfristig das Wort ergriffen und so einen kleinen Lehrvortrag gehalten und gesagt, Leute, auf die Entrückung braucht ihr gar nicht mehr zu warten. Das ist ein Missverständnis. Und dann holte irgendjemand ein Schriftstück aus der Tasche und sagt, ach, ich habe hier einen Brief. Ich habe einen apostolischen Brief, die Ergänzungslieferung zum ersten Thessalonicher Brief. Und hier steht, dass der Tag des Herrn in der Tat schon geschehen ist. Also drei Medien, wenn man so will, durch einen Geist, durch ein Wort, durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Damit wollten die Verführer ihre Credibility, ihre Glaubwürdigkeit stärken. Die haben wirklich nichts dem Zufall überlassen. Und deswegen, dass wir morgen sehen, wird Paulus dann am Ende dieses Briefes in Vers 17, Kapitel 3, Vers 17, nochmal sagen, Leute, das ist mein handschriftlicher Gruß. Damit ihr seht, dieser Brief ist wirklich von mir und nicht von den Fälschern. Es hat sich ja immer wieder gegeben in der Geschichte, dass man gesagt hat, die Parousie, die Wiederkunft Jesu sei bereits geschehen, zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Da sollte Jesus erst 1874 wiederkommen und dann klappte das nicht so ganz und dann datierten sie die Wiederkunft auf den 1.10.1914 und als es dann auch nichts wurde, sagten sie, April, April, es ist doch schon passiert. Jesus ist wiedergekommen und hat den Platz zu Rechten des Vaters eingetauscht gegen seinen Königsthron. Das konnte man nur nicht sehen, aber er ist schon wiedergekommen. Und Paulus sagt, das ist alles gelogen. Auf Deutsch gesagt, es ist alles erstunken und erlogen von vorne bis hinten. Vers 3, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Von niemandem. Die Kirchengeschichte ist durchzogen von ausgeklügelten Strategien, mit denen die Gemeinde Jesu belogen wird im Namen des christlichen Glaubens. Falschmeldungen. Falschmeldungen nicht nur über die Endzeit. Es ist vor kurzem ein Buch erschienen in der christlichen Stiftung Medien, also einem Verlag, der sich immer noch so ein gewisses evangelikales Outfit gibt. Das heißt, glauben, lieben, hoffen, aber unter Untertitel Grundlagen des christlichen Glaubens verständlich erklärt. Also in einem vermeintlich evangelikalen Verlag, der aber schon seit Langem sehr viele nicht-evangelikale Literatur verbreitet. Und dieses Buch, was vor allem auf eine freikirchliche Leserschaft zielt, Sie können eine Rezension dazu von jemandem auch über meine Homepage finden, wolfgang-nestvogel.de, ist eine einzige Zerstörung der Glaubwürdigkeit dessen, was die Bibel lehrt. in einem relativ frommen Gewand. Das geht. Ausgeklügelte Strategien. Und Paulus verharmlost diesen Angriff nicht. Paulus sagt nicht, ach, sie haben es nicht so böse gemeint, sie haben sich da ein bisschen vergaloppiert, sondern Paulus fordert die Leute zu einer klaren Abbrenzung auf. Er sagt, lasst euch nicht verführen, Vers 3, von niemand in irgendeiner Weise, mit welchen Mitteln sie es auch versuchen, mit Wort, mit Geist, mit Brief, in irgendeiner Weise, lasst euch nicht verführen, was immer sie versuchen. Und es ist die Aufgabe der Gemeindeleiter und der Mitarbeiter, die Gemeinden vor der Verführung zu warnen und zu schützen. Und es ist die Aufgabe der Familienväter, ihre Familien vor der Verführung zu warnen und zu beschützen. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu braucht es Aufklärung, dazu braucht es Information, dazu braucht es zuverlässige Argumente. Und so macht es Paulus. In seiner Reaktion beschränkt er sich jetzt nicht auf Durchhalteparolen oder Beschwichtigungen oder gar noch Verteidigung der Irrlehrer, sondern gegen Fake News helfen nur Fakten. Und das ist unser zweiter Punkt, Fakten über die Endzeit der Antichrist. Und jetzt in den kommenden Versen schreibt Paulus eine der entscheidenden neutestamentlichen Passagen über den Antichristen und damit über die Endphase der biblischen Eschatologie. Also wenn Gott eingreift in die Weltgeschichte in drastisch sichtbarer Weise, um seine Geschichte zum Ziel zu führen. Und man fragt sich natürlich, ist das pädagogisch so geschickt, Paulus? Die waren doch sowieso schon verwirrt. Warum mutest du denen das jetzt auch noch zu? Hättest du ja auch sagen können, ach kümmert euch nicht so sehr um diese eschatologischen Fragen, jetzt wollen wir nochmal zu den Basics zurückkommen. Aber da waren sie ja gerade angegriffen und es betraf sie ja. Paulus will ihnen mit diesen Fakten zunächst mal beweisen, dass der Tag des Herrn noch gar nicht angebrochen sein kann. Lesen wir mal die Vers 3 bis 5. Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Also er hatte sie das offensichtlich gelehrt. Und jetzt sagt Paulus, werde ich euch beweisen, warum der Tag des Herrn noch gar nicht angebrochen sein kann. Denn vorher muss der Antichrist auftreten. Und das ist ja offensichtlich noch nicht geschehen. Das hättet ihr schon mitbekommen, wenn das geschehen wäre. Und deswegen kann es auch nicht sein, das sehen Sie auch hier an dieser Skizze, dass der Tag des Herrn schon geschehen ist, weil ja vorher der Antichrist auftreten muss. Also cool it down, würden wir sagen. Ihr habt noch nichts verpasst. Die großen endzeitlichen Ereignisse haben noch nicht begonnen. Ja, was ihr hier als Druck erlebt, das ist Teil der ganz normalen Bedrängnis und Verfolgung, über die Johannes Pflaum heute Vormittag so eindrücklich gesprochen hat. Dieser Bedrängnis, durch die die Gemeinde Jesu Christi zu allen Zeiten geht. Und Paulus nutzt jetzt diese Situation, um nochmal festzuzurren und klarzustellen, wer der Antichrist eigentlich ist, wann er auftreten wird und woran man ihn erkennen können wird. Das kommt jetzt. Und für diese Fakten, liebe Geschwister, können auch wir sehr dankbar sein, weil es ja auch bis in unsere Tage hin immer wieder irgendwelche Spekulationen dazu gibt. Und deswegen lohnt es sich, dass wir in den nächsten Minuten dieses kleine Porträt des Antichristen, das Paulus uns hier bietet, aufmerksam betrachten. Woher kommt der Ausdruck Antichrist? Der Antichrist Ausdruck steht hier nicht selbst, sondern er kommt eigentlich aus dem ersten Johannesbrief. Aber auch erst Johannes meint genau diese Person. Ich habe Ihnen die Stellen auf dem Zettel auch notiert unter Antichrist, wo der Name herkommt, erst Johannes 2, 18, 22 und so weiter. Erst Johannes 4, 3, 2, Johannes 7. Und wir müssen verstehen, Anti, das bedeutet einmal gegen und anstatt. Und das ist beides richtig. Diese Ziele folgt der Antichrist. Er ist gegen Christus, er will Christus bekennen und er will sich anstatt Christi an seine Stelle setzen und an seiner Stelle angebetet werden. Anti in des Wortes doppelter Bedeutung. Dagegen und anstatt. Und diese Person wird in der Bibel nun an verschiedenen Stellen mit anderen Namen beschrieben. Ich habe Ihnen auch auf dieser Rückseite hier die Stellen aus Daniel, aus Matthäus 24 und aus Offenbarung 13 dazu geschrieben. Offenbarung 13 ist es das Tier. Das Tier aus dem Abgrund. Und wenn Sie hier in Johannes, 1. Johannes 2, 18 gucken, dann sehen Sie, dass da im Plural vom Antichristen die Rede ist. Kinders ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. 1. Johannes 2, 18, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Plural. Und so hat es im Laufe der Geschichte etliche Personen gegeben, die eine antichristliche Funktion ausgeübt haben, die das Geschäft des Antichristen betrieben haben. Man kann sagen, die Blutspur des Antichristen lässt sich über die Jahrtausende hinweg verfolgen. Von Beginn an hat der Teufel versucht, Gottes Pläne zu bekämpfen. Zunächst vor allem das jüdische Volk zu zerstören, zu verhindern, dass der Messias geboren werden könnte, weil der Messias ja aus diesem Volk kommen musste und versucht, den jüdischen Gottesdienst zu zerstören, wo der einzig wahre Gott geehrt wurde. Denken wir an Haman, zur Zeit des babylonischen Exils, zur Zeit Estas, der das jüdische Volk etwa vernichten wollte. Oder eine weitere Figur, die mit dem Antichristen immer wieder in Verbindung gebracht wurde, der syrische König Antiochus der Vierte, Epiphanes. 168 vor Christus drang er in das Allerheiligste des Tempels ein. Im folgenden Jahr errichtete er auf dem Brandopferaltar ein Altar für Zeus und opferte dann auf dem Altar ein Schwein. Ein Akt höchster, höhnischster Blasphemie. Das ist der Mann, der in Daniel 7, Vers 8 und 25 präsentiert wird, als das sogenannte kleine Horn. Und so wurde dieser Antiochus auch ein Prototyp des Antichristen. Und dann wird der Messias geboren, gegen den Widerstand von Herodes. Und von da an richtet sich der Widerstand gegen die Gemeinde des Messias. Um 81 nach Christus kommt Kaiser Domitian an die Macht und lässt sich Dominus et Deus nennen, Herr und Gott. Und die Menschen des Reiches müssen ihn anbeten. Das hat viele Christen das Leben gekostet. Und wohl zur Regierungszeit des Domitian wurde der Apostel Johannes nach Patmos verbannt und schrieb dort die Offenbarung inklusive Kapitel 13 über den Antichristen. Und so hört die Verfolgung niemals auf. Und in der Bewertung aus der Sicht der Gläubigen, die mit der Bibel leben, ist das auch immer wieder verbunden von Zeit zu Zeit mit der Figur des Antichristen. Als das Papsttum die reformatorischen Christen brutal verfolgte und sich Vollmachten anmaßte, die Christus allein zustehen, da sahen Martin Luther und John Calvin und John Knox im Papsttum, im Papsttum eine Variante des Antichristentums. Und das berühmte Westminster-Bekenntnis von 1646 schreibt im Absatz über die Kirche, Kapitel 25, Absatz 6, Westminster Confession 1646, Kapitel 25, Absatz 6. Es gibt kein anderes Haupt der Kirche als den Herrn Jesus Christus allein. Es kann auch nicht der Papst von Rom in irgendeinem Sinn in dieses Haupt sein. But it is that Antichrist, that man of sin and son of perdition, that exalts himself in the church against Christ and all that is called God. Was ich Ihnen vorgelesen habe, ist einfach ein Zitat aus 2. Thessalonicher 2. Und die Westminster Confession beschreibt den Antichristen, den päpstlichen Antichristen, wie sie sagen, mit Worten aus unserem Text. Und dann gab es in der weiteren Geschichte immer wieder unter den Christen diesen Impuls, einen Zusammenhang mit der Figur des Antichristen zu erkennen, da ja viele Antichristen kommen würden. Immer wenn der biblische Glaube und die Gemeinde des Christus massiv angegriffen wurde. Ich habe in einem säkularen Bücherportal mal neulich geschaut bei einer Werbung für die Schriften von Karl Marx. Und wissen Sie, unter welchem Titel dort geworben wurde? Rebell, Messias, Antichrist. Karl Marx. Und Sie finden in der Tat bei Karl Marx auch diese Züge, dieses sich auflehnen gegen Gott und seinen eigenen Thron errichten. 1837 wird mit Karl Marx, seinem Vater, zu dessen Geburtstag eine Sammlung von Gedichten. Und darunter befindet sich auch dieses Gebet des Verzweifelten. Dieser ganze Hass gegen Gott wird dort deutlich. Da schreibt Karl Marx, hat ein Gott mir alles hingerissen, fortgewälzt in Schicksalsfluch und Joch. Seine Welten alles, alles missen. Eines blieb, die Rache blieb mir doch. An mir selbst will ich stolz mich rächen, an dem Wesen, das da oben thront. Meine Kraft sei Flickwerk nur von Schwächen und mein gutes Selbst sei unbelohnt. Einen Thron will ich mir erbauen. Kalt und riesig soll sein Gipfel sein. Bollwerk, also dieses Thrones. Bollwerk sei ihm übermenschlich grauen. Das ist ihm wirklich gelungen. Bollwerk sei ihm übermenschlich grauen und sein Marschall sei die düstere Pein. Wer hinaufschaut mit gesundem Auge, also zu meinem Karl Marx Thron, kehre totenbleich und stumm zurück. Angepackt von blindem Todeshauche, grabe selbst die Grube sich sein Glück. Also es wäre noch ein Glück, wenn er in die Grube fällt. Und des höchsten Blitze sollen prallen von dem hehren, eisernen Gebäu meines Thrones, also Gottes Blitze sollen von meinem Thron abprallen. Bricht er meine Mauern, meine Hallen, trotzend baut die Ewigkeit sie neu. Karl Marx, 1837. Und es ist kein Zufall, dass im Namen dieses Philosophen, wenn man ihn denn so nennen mag, massive Christenverfolgungen mit Hunderttausenden von Toten exekutiert wurden. Der Hauch des Antichristen. Und sehr viele Christen haben natürlich und zu Recht auch angesichts der Verbrechen von Adolf Hitler, die sich noch in besonderer Weise eben gegen das jüdische Volk richteten, natürlich an diese Kategorie des Antichristen gedacht. Ein brutaler Mensch, der sich religiös verehren lässt und seine brutalen Schandtaten und Verbrechen unter Berufung auf die Vorsehung rechtfertigt. Und auch bei Adolf Hitler lassen sich massive okkulte Verstrickungen glaubhaft machen. Und das alles zusammengenommen erinnert uns natürlich an diese Verse, der sich widersetzt über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und wenn wir dann sehen im Vers 9, ihm, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Und so hat die Gestalt des Antichristen das Nachdenken der Gemeinde immer wieder begleitet durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Aber sie alle waren Vorläufer, sie alle waren Vorschattungen jener realen Person, welche die Bibel für die letzte Strecke der Weltgeschichte ankündigt. Hier in 2. Thessalonicher 2 und in Offenbarung 13. Der richtige Antichrist, sagt Paulus hier, wird eine Person sein, die die Geschichte der Bosheit in satanischer Totalität vollendet. Und dann beschreibt Paulus hier das Auftreten des Antichristen, Sie sehen das an der Gliederung, das Aufhalten des Antichristen, das Ausschalten des Antichristen und die zwischenzeitliche Aufnahme des Antichristen. Und wir wollen uns das jetzt kurz miteinander anschauen. Zunächst das Auftreten des Antichristen 3b bis 5. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Paulus spricht hier von einem Ereignis, vom Abfall, der Apostasia, Apostasie, daher kommt dieser Begriff. Und wir sehen, wie der Abfall und der Antichrist, wie dieses Ereignis und diese Person sich gegenseitig erklären. Mit dem Abfall ist hier nicht einfach der allgemeine Glaubensabfall gemeint, der vollzieht sich ja durch die gesamte Geschichte hindurch immer wieder. Mit dem Abfall ist auch nicht das Herausgenommenwerden der Gemeinde durch die Entrückung bezeichnet, sondern dieser Abfall bezeichnet eine bestimmte Revolte gegen die Heiligkeit Gottes. Offensichtlich ein spezielles Ereignis. Dieser Abfall ist ein blasphemischer Akt, vollzogen durch eine bestimmte Person. Und diese bestimmte Person ist der Mensch der Gottlosigkeit, der Mensch der Ungesetzlichkeit, da steht wörtlich der Anomia. Nomos ist das Gesetz, der Gesetzlosigkeit in dem Sinne, dass er gegen alles sich stellt, was Gott gegeben hat. Dieser Mensch ist nicht identisch mit Satan, aber er wird von Satan gelenkt, wie Vers 9 sagt. Und das ganze Wesen dieses Antichristen ist davon durchdrungen und darauf ausgerichtet, Gottes Willen, Gottes Wort, Gottes heiliges Gesetz zu bekämpfen und in den Schmutz zu ziehen. Er ist der Mensch der totalen Gottlosigkeit, der Anomie. Und er wird mit dieser erklärten Feindschaft einen beträchtlichen Einfluss ausüben und in diesem ultimativen Akt des Aufruhrs wird seine wahre Identität vollendet werden. Und deshalb ist dieser Sohn der Gottlosigkeit, dieser Mensch der Gottlosigkeit zugleich der Sohn des Verderbens. Das ist eigentlich eine hebräische Ausdrucksweise, Sohn des Verderbens. Damit wird gesagt, er ist ein Kind des Verderbens. Er ist aufs engste Wesens mäßig mit dem Verderben verbunden, aufs innigste verwandt. So wie man sagen würde, er ist ein Sohn des Glücks. Sein Leben ist geprägt von Glück. So ist er ein Sohn des Verderbens. Das heißt, seine gesamte Energie zielt darauf, andere zu verderben, zu töten, zu zerstören. Mit Goethe zu sprechen bei Faust, er ist der Geist, der stets verneint. Aber mit diesem Verderbenswahn treibt er auch sich selbst immer tiefer in das Verderben hinein, auch sich selbst. Er ist der Sohn des Verderbens. Sein Untergang ist besiegelt. Er kann diesem Verderben gar nicht entkommen. Es wird nur noch eine Person in der Bibel Sohn des Verderbens genannt, in Johannes 17, Vers 12, und das ist Judas, der in engster Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes lebte und ihn verriet. Der Sohn der Gottlosigkeit, der Mensch der Gottlosigkeit, der Sohn des Verderbens, dann die dritte Beschreibung, er ist der sich Widersetzende in Vers 4. Er ist der sich Widersetzende, der in seinem ganzen Wesen gegen, gegen Gott sich anwirft. Und darum, das ist das vierte, zielt er darauf, seine Anbetung für sich selbst zu erobern, für sich selbst zu okkupieren. Das ist dieser vierte Begriff, der sich Überhebende über alles. Mensch, der Anumia, Sohn des Verderbens, der sich Widersetzende, der sich Überhebende über alles. Und dann wird das beschrieben, wie diese Überhebung stattfinden wird. In dieser Gier nach Selbstvergötzung setzt er sich in den Tempel und erhöht sich selbst zu Gott. Er greift nach der Krone aller Kronen. Und das wird dann auch beschrieben in Offenbarung 13 durch den Kollegen von Paulus mit diesem Tier, das nach der totalen Macht greift im Auftrag Satans. Und dieser offene Akt der Selbstvergötzung, in dem der Mann der Gottlosigkeit sein Wesen offenbart, seine ganze antichristliche Hybris, das ist der Abfall. Das ist der Akt der Apostasie, wie ihn Jesus beschreibt in Matthäus 24, in seiner großen Endzeitrede, Vers 15, Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung seht, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde. Der Gräuel der Verwüstung. Und Daniel beschreibt das in Kapitel 9, Vers 27, B. Daniel 9, Vers 27, B. Und in der Mitte der Woche wird der Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und an ihrer Stelle werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Das ist dieser totale Akt der Selbstvergötzung. Das ist der Abfall. Und die Ausleger überlegen, was mit dem Tempel gemeint ist, ob der wörtlich zu verstehen sei. Dann wäre die spannende Frage, wann dieser Tempel wieder gebaut wird. Möglicherweise in dieser Zeit der Trübsal. Oder andere verstehen die Rede vom Tempel symbolisch als quasi den Ort der Anbetung Gottes. Und der Antichrist will eben diesen Tempel, er will diese Anbetung Gottes für sich erobern, für sich okkupieren und in ihrem Mittelpunkt stehen. Und die Botschaft an die Thessalonicher ist klar. Paulus sagt, Leute, bevor der Tag des Herrn eintritt, muss dies alles erstmal geschehen. Und deshalb kann der Tag des Herrn noch nicht gekommen sein. Es ist also alles in bester heilsgeschichtlicher Ordnung. Ihr wartet nicht auf den wiederkommenden Antichristen, sondern ihr wartet auf den wiederkommenden Herrn. Fakten gegen Falschmeldungen. Und nun der nächste Schritt, das Aufhalten des Antichristen. Paulus sagt, so kraftvoll der Auftritt des Antichristen auch erscheinen mag, so verheerend seine Zerstörungsmacht sich zeigen wird, selbst in diesem vermeintlichen Kraftakt handelt der Antichrist nicht in eigener Machtvollkommenheit. Und er handelt auch nicht in der autonomen Machtvollkommenheit des Teufels, von der immerhin in Vers 9 ja die Rede ist, aufgrund der Wirkung des Satans. Ja, der Satan steckt dahinter und lenkt ihn. Und der Beweis dafür ist folgender, sagt Paulus. Wann kann das passieren, dieser Abfall, dieses offenkundig werden des Antichristen? Es kann erst dann passieren, wenn Gott eine letzte Sicherung wegnimmt, die den Antichristen jetzt noch aufhält. Und zwar, solange Gott es will. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir hier sehen müssen. Auch die Zeit des Antichristen wird von Gott kontrolliert. Von niemandem sonst. Selbst der Teufel und sein Bote bleiben, wie Luther das gesagt hat, Kettenhunde Gottes. Kettenhunde, nicht mehr. Das dürfen wir nie vergessen. Und jetzt wird das Aufhalten beschrieben in Vers 6 und 7. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er offenbart werde, also der Antichrist zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt noch zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das Aufhalten des Antichristen. Worin besteht diese Sicherung? Was bewirkt sie? Ja, Vers 7. Das Geheimnis der Anomia ist jetzt schon am Wirken. Seit dem Sündenfall tobt die Auflehnung gegen Gott sich aus. Es ist schon am Wirken. Dieses Geheimnis, was noch aufgedeckt werden wird, aber es ist ja schon da. Diese teuflische Verdichtung des Kampfes gegen Gott und seinen Messias und sein Volk und seine Gemeinde. Aber noch hat der Schöpfer in seiner Erhaltungsgnade Sicherungen eingebaut. Matthäus 5, 45. Die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. Und unser Herr hat es gesagt in Lukas 6, Vers 35. Also das andere war Matthäus 5, Vers 45. Und in Lukas 6, Vers 35 hat der Herr Jesus es so gesagt. Friedemann, wunderlich, freut sich immer, wenn die Bibeln rascheln bei einer Versammlung. In der letzten Zeile. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Also es gibt noch eine gewisse Erhaltungsgnade Gottes für die gesamte Welt. Und darum kann Satan sich noch nicht in größerer Intensität in das Weltgeschehen einmischen. Er würde das sicherlich gerne. Aber wann er darf, das liegt nicht in der Kompetenz des Teufels und nicht in der Kompetenz des Antichristen. Sondern das entscheidet Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht beim Antichristen nicht darum, dass er sich irgendwann entschlossen losreißt und auf die Bühne der Geschichte springt. Sondern er darf dann loslegen, wenn Gott es entscheidet. Und deswegen steht hier dreimal das Wort, er wird geoffenbart. Von wem denn? Von Gott. In Vers 6 steht das, in Vers 3 steht das und in Vers 8 steht das. Der Antichrist ist noch nicht geoffenbart. Er wird erst dann auftreten können, er wird erst dann sichtbar werden, wenn Gott ihn auf die Bühne schiebt. Niemand sonst. Und bleibt die Frage, was hält ihn jetzt noch auf? Was ist dieses Katechon? Da gibt es verschiedene Interpretationen. Man kann das nicht mit letzter, hundertprozentiger Sicherheit sagen. Also in Vers 6 ist das ein Partizip Neutrum. Das Katechon, einige sagen, es ist die Verkündigung des Wortes Gottes, die ihn noch aufhält oder der Einfluss der Gemeinde oder Reste eines funktionierenden Rechtssystems oder der Erzengel Michael, die verschiedensten Deutungen. Wir können diese Frage nicht mit letzter Gewissheit beantworten, aber wir sehen Folgendes. Wir sehen, Gott übt die Kontrolle aus. Und wir sehen, dass in Vers 7 aus dem Neutrum von Katechon, also To-Katechon, ein Maskulinum wird, also Ho-Katechon, also der Katechon. Und das könnte dafür sprechen, dass es sich bei diesem Katechon um eine göttliche Person handelt. Und deswegen stimme ich John MacArthur und dem Wallford-Kommentar an dieser Stelle zu, dass sie sagen, es wird wohl der Heilige Geist damit gemeint sein, der das Walten des Antichristen noch aufhält. In dem Sinn, dass er ihn noch nicht auf die Bühne treten lässt. Und Vers 7 bedeutet dann nicht, wenn der Heilige Geist gewissermaßen diese Sicherung löst, dass er von der Erde weggenommen wird, sondern dass er seine verriegelnde Wirkung nicht mehr ausübt. Und hier steht eigentlich wörtlich in Vers 7, dass er dann aus der Mitte genommen wird, also dass er seine hindernde Funktion nicht mehr ausübt, weil der dreieinige Gott jetzt den Antichristen offenbaren will. Es spricht vieles dafür, dass der Heilige Geist natürlich auch während der Trübsalzzeit noch auf der Erde ist, weil wir aus Offenbarung 7 etwa wissen, dass sich auch in der Trübsalzzeit noch Menschen zum lebendigen Glauben bekehren werden. Also, Gott hält ihn auf durch den Heiligen Geist. Und genauso, wie Gott über seinen Messias gesagt hat, Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Können wir ableiten daraus? Wenn es soweit sein wird, wird Gott die Sicherung des Katechon lösen und dann entscheiden, dass jetzt der Antichrist auf die Bühne tritt. Botschaft an die Thessalonicher. Er wird noch am Auftreten gehindert. Noch kann der Tag des Herrn nicht gekommen sein. Gott ist in control. Gott kontrolliert die Geschichte. Und bitte, setzen Sie das über alle Debatten über den Antichristen, dann verlieren die diese erdrückende Schauermächtigkeit. Als ob da irgendwelche Dinge sich zusammenbrauen, die niemand beherrscht und irgendwann sind wir dann ausgeliefert. Nein, er wird offenbart. Und diese Kontrolle Gottes wird dann auch an einem dritten Fakt überdeutlicht, zu dem wir jetzt kommen, also das Auftreten des Antichristen, das Aufhalten des Antichristen. Drittens, die Ausschaltung des Antichristen, in Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose, sagt Paulus, geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft besiegen wird. Streichen Sie sich diesen Vers ganz dick rot an. Die Ausschaltung des Antichristen. Und dann wird vollendet werden, was schon Jesaja 11, Vers 4 angekündigt hat. Jesaja 11, Vers 4. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Jesaja 11, Vers 4. Und der Prophet Daniel hat es unter anderem mit diesen Worten bezeichnet. Daniel 7, Vers 26. Daniel 7, Vers 26. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreich unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und in Daniel 2, Vers 34 hatte Gott bereits angekündigt, wie der Antichrist vernichtet wird. Daniel 2, Vers 34. Du saßt zu, bis ich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Die Ausschaltung des Antichristen. Und selbst die ergebendste Koalition, mit der er kooperiert, Offenbarung 17, 14, wird das nicht verhindern können. Und dann schauen Sie, wie Paulus das hier beschreibt. Er wird ihn ausschalten mit dem Hauch seines Mundes. Er wird sich nicht mal die Hände an ihm schmutzig machen müssen. Er wird es in absoluter, souveräner Machtvollkommenheit tun mit dem Hauch seines Mundes. Mehr ist nicht nötig. Der Ausleger Paul Hebert hat es so beschrieben. Der bloße Atem des verherrlichten Jesus wird den Bösen wie in einem Feuerofen verglühen lassen. Und das Wort verzehren, was hier steht, das muss nicht notwendigerweise die sofortige Tötung bedeuten, sondern es kann auch übersetzt werden mit wegnehmen, mit beseitigen, weil wir ja wissen, dass er dann nach Offenbarung 19, 20 noch eine Weile aufbewahrt wird. Gott, also er wird ihn nicht unbedingt an dieser Stelle schon ganz auslöschen, sondern er wird ihn wegnehmen, beseitigen, entmachten. Seine Person und den Einfluss seines brutalen Herrschaftssystems. Und wissen Sie, als das die Thessalonicher lesen konnten, da muss es Ihnen sehr froh ums Herz geworden sein. Sehr froh, weil Sie wussten, unser Herr regiert. Er regiert. Er offenbart den Antichristen. Es gibt keine diabolische Eigendynamik. Ja, da sind die finsteren Wolken noch. Aber es ist so, wie Corrie ten Boom gesagt hat, Glaube ist wie ein Radargerät, das durch den Nebel sieht. Und dieser Vers 8 ist ein wunderbares Radargerät, an das wir uns im Glauben klammern und durch den Nebel sehen und wissen, unser Herr regiert. Und morgen am Sonntag haben wir als Wochenspruch für die neue Woche, das könnte gar nicht besser passen, 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber trotzdem ist Paulus mit dem Thema noch nicht ganz durch. Ganz kurze Nachspielzeit zur ersten Halbzeit. Ein letzter Fakt ist noch zu klären und einzuordnen, selbst wenn die Thessalonicher nicht mehr unmittelbar davon betroffen sein werden. Wie Johannes Pflaum das heute Morgen ganz richtig gesagt hat, es ist gut möglich, dass die Gemeinde Jesu quasi dieses Aufkommen des Antichristen noch irgendwie merken wird. Aber wir werden nicht mehr davon betroffen sein, wie der Antichrist seine Macht festigt und dann ausagiert gewissermaßen. Und trotzdem ist eine Frage angesichts dieser Macht des Herrn und dieser erbärmlichen Abhängigkeit des Antichristen am Ende zu stellen, nachdem wir über das Auftreten, das Aufhalten und die Ausschaltung des Antichristen gesprochen haben. Und an diese Frage geht Paulus jetzt ran. Wenn man sich die Abgründigkeit dieses kleinen Porträts anschaut, diese Verbindung von Bösartigkeit und Ausweglosigkeit des Antichristen, wie kann es dann sein, dass der Antichrist doch für eine Zeit lang eine so große Anhängerschaft gewinnen wird? Wie kann das sein? Warum wenden die Menschen sich nicht in Scharen von ihm ab? Warum laufen sie nicht schreiend weg? Warum wird es ihm gelingen, noch im ersten Teil dieser letzten sieben-Jahr-Woche mit Israel, Daniel 9, 27, am Anfang wird das beschrieben, einen Bund zu schließen und den Anschein zu erwecken, er meint, es ist doch eigentlich gut mit ihnen. Und damit reden wir im letzten Abschnitt hier über die bereitwillige Aufnahme des Antichristen. Warum findet der Antichrist zeitweilig eine so große Gefolgschaft? Und woraus rekrutiert er seine Anhänger? Und die Auflösung verraten wir nach der Pause. Also, 15.35 Uhr, seien Sie bitte in zehn Minuten wieder da. Ja, 15.45 Uhr geht es hier weiter. Bis gleich. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen. Also, Sie sind noch mit mir und wissen jetzt auch genau, wo wir stehen. Also, wir haben schon mehr als die Hälfte dieses Blattes abgearbeitet. Den Falschmeldungen über die Endzeit setzt Paulus ab Vers 3b Fakten über die Endzeit entgegen und liefert uns hier vor allem ein Porträt eine Skizze des Antichristen. Und wir haben gesehen, wie er das Auftreten des Antichristen beschreibt, das Aufhalten des Antichristen durch den Katechon und schließlich die Ausschaltung des Antichristen. Trotzdem aber wird es vorher zu einer Aufnahme des Antichristen in weiten Teilen der Menschheit kommen, so wie die Vorläufer des Antichristen bis heute auch immer wieder Aufnahme gefunden haben. Und die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist, wie kann das sein? Und darauf gibt Paulus uns eine Antwort, wie das geschehen kann in den Versen 9 bis 12 und mit denen steige ich jetzt noch einmal ein. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, also ihn wird Christus dann schlagen, in Vers 8, ihn unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit oder zur Ungerechtigkeit kann man auch übersetzen, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wie wird der Antichrist die Menschen gewinnen? Paulus sagt, er arbeitet mit dem Mittel der Verführung zur Ungerechtigkeit, Vers 10. Verführung zur Ungerechtigkeit. Und dazu gehört ja auch diese Täuschung, dass er Daniel 9, 27 im ersten Teil der sieben-Jahr-Woche den Juden vermittelt, er wäre ja eigentlich auf ihrer Seite. Und da das teuflische Prinzip schon jetzt wirksam ist, Vers 7, müssen sich auch die Thessalonicher und wir uns grundsätzlich darauf einstellen und deswegen gilt auch uns diese Aufforderung von Vers 3, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Und diese Verse sollen uns auch eine Hilfe geben, auch uns gegen die Verführung zu wappnen. Vers 9 erklärt uns wohl durch diese Verführung greift. Ihn dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Der Antichrist agiert mit einer Kombination von Täuschung und Macht. Täuschung und Macht. Obwohl er eine Diktatur errichten wird, obwohl er das Recht mit Füßen treten wird, wir haben hier zweimal den Begriff der Ungerechtigkeit in Vers 10 und in Vers 12 die Verführung zur Ungerechtigkeit und nochmal die Menschen die ihm dann folgen haben dann auch wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Obwohl er die Rechtsprechung vollständig außer Kraft setzen wird, obwohl Willkür die Menschen vor sich her treiben wird, wird ihm eine große Mehrheit folgen und werden sich viele für ihn begeistern. Wie hält er sie in Schach? Wie kann er sie freiwillig hinter sich versammeln? Wie kann er sie dazu bringen, dass sie das mitmachen? Und zwar zunächst mehr oder weniger freiwillig. Es ist unheimlich, wozu Menschen freiwillig bereit werden. Ich denke, das haben wir in den letzten 18 Monaten gesehen. und wurden oftmals erinnert an diese Parabel über den Großinquisitor, wo die Knechte dann ihm quasi ihre Freiheit willfährig selber zu Füßen werfen und sagen, mach uns zu Knechten, aber mach uns satt. Und heute hätten vielleicht viele gesagt, mach uns zu Knechten, aber rette unser erbärmliches Leben. Und dieser Mechanismus der Verführung, den uns Vers 9 enthüllt, ist also wie gesagt die Kombination von Täuschung und Macht. Betrügerische Zeichen, Wunder und Krafttaten, die hat er zu bieten. Der Teufel versucht alles, beziehungsweise der Antichrist im Auftrag des Teufels versucht alles, um den Messias zu imitieren, ihn nachzuäffen. Deswegen auch ganz interessant die Formulierung in Vers 9, dessen Kommen, also das Kommen des Antichristen aufgrund der Wirkung Satans erfolgt. Da steht der gleiche Ausdruck für Kommen wie in Vers 8 für die Wiederkunft Jesu. Parousia steht da. Also Jesus wird den Antichristen mit seinem Kommen beseitigen, aber vorher wird der Antichrist Parousia auch ein Kommen haben. Er wird das inszenieren. Er wird den und dafür stellt ihm der Teufel bestimmte Fähigkeiten zur Verfügung. Zeichen, Wunder und Krafttaten. Und das hat Jesus für die Endzeit genau so angekündigt. Das können wir schon etwa in Matthäus 24 in der großen Endzeitrede unseres Herrn lesen. Matthäus 24 Vers 24 wo Jesus vor den endzeitlichen Verführern warnt und sagt, es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Da stehen dieselben Begriffe wieder wie hier. Zeichen und Wunder. Zeichen, Wunder und dann gibt es noch einen dritten Begriff Krafttaten. Das waren die klassischen Begriffe für die Wunder Jesu und die Wunder der Apostel. Apostel 2 22 5 12 und einem Rückblick Hebräer 2 Vers 2 3 bis 4 die Verse finden sie auch aufgeführt. Die Verse finden sie vor allem zusammengestellt in einem Aufsatz über Zeichen und Wunder in der Apostolischen Zeit, die sie auf meiner Homepage auch finden, also diesen Artikel, diesen Aufsatz wolfgang-nestvogel.de das ist extra nochmal auf die Eingangsseite gestellt, damit sie alles schnell finden, was hier relevant ist für den Vortrag zu den Bibeltagen. Und solche atemberaubenden Wunder, zumindest Imitate dessen, wird der Antichrist zelebrieren. Zeichen, Wunder, Machttaten der Lüge. Und das ist seine Methode und sie funktioniert. Wir lesen in Offenbarung 13, Vers 3 ein solches Beispiel, das sich dann ereignen wird. Offenbarung 13, Vers 3 Und ich sei einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Wundersame Heilung. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Zeichen, Wunder und Kraft haben. Und darum merken Sie bitte eins, Macht ist niemals ein Ausweis für Wahrheit. Macht ist niemals ein Ausweis für Wahrheit. Glauben Sie jemandem nie nur deshalb, weil er Macht hat. Und sei es die Macht über die Medien. Das ist übrigens auch wichtig für die Einordnung bestimmter Aspekte der charismatischen Bewegung. Spektakuläre Ereignisse. Spektakuläre Geschehnisse sind für sich genommen niemals ein Ausweis für Wahrheit oder göttliche Vollmacht. Niemals. Und ich denke, es ist die große Notweite Teil unserer öffentlich-rechtlichen Medien, dass eben zurzeit die nackten Machtverhältnisse darüber entscheiden, welche Meldungen wir zu hören bekommen und welche nicht. Ja, mehr noch, über welche Meinungen diskutiert werden darf und über welche nicht. Und dass sogar die nackten Machtverhältnisse darüber entscheiden, welche Wissenschaftler ihre Einsichten in die öffentliche Debatte einbringen dürfen und sei es über den Umgang mit Corona oder über die Bewertung der Impfung, welche Wissenschaftler ihre Meinung einbringen dürfen und welche nicht oder höchstens als Feigenblatt oder Prügelknabe. Es ist eine nackte Frage der Macht. In welchem Land die Menschen ihre Freiheit wieder zurück erhalten, wie zurzeit zum Beispiel in Dänemark und in welchem Land unter Vorspiegelung falscher medizinischer Tatsachen die Menschen weiterhin in Angst und Schrecken gehalten werden, wie zum Beispiel bei uns. Und zum Teil damit bedroht werden, dass sie ihre Arbeit verlieren könnten, wenn sie dem Zugriff des Staates auf die Unversehrtheit ihrer ureigenen Leiber nicht Bedrohung durch Macht. Macht und Täuschung sind die Mittel, mit denen der Antichrist die Menschen verführen wird, sagt Paulus. Und dabei wird der Satansdiener sich als Gottessohn verkleiden, er wird sich mit Wundern kamuflieren gewissermaßen, er wird sich verzieren damit, dahinter verschanzen, um die Menge in seinen Bann zu ziehen. Und bei wem wird das greifen? Wo wird es zur bereitwilligen Aufnahme des Antichristen kommen? Welche Menschen werden mit ihm mitgehen? Paulus sagt das im Vers 10. Schauen Sie, welche Menschen mit ihm mitgehen werden? Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Diese Menschen tragen die volle Verantwortung für Er sagt nicht, sie werden verloren gehen, weil sie es nicht durchschauen konnten und weil sie überfordert waren, sondern sie werden verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und hier ist die Wahrheit des Evangeliums gemeint. Die Wahrheit der Rettung allein durch den lebendigen Gott, der Mensch wurde, am Kreuz die Strafe für unsere Schulden trug und den Satan und die Schuld endgültig entmachtet hat, dadurch, dass er uns versöhnte mit Gott und dieses endgültig beglaubigt hat durch die Macht seiner Auferstehung. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Das heißt, die Wahrheit wurde ihnen angeboten. Jesus und sein Evangelium wurden ihnen angeboten. Und wir wissen sogar noch, während der Trübsalz Zeit werden Menschen diese Liebe annehmen. Evangelisierung und Bekehrung in der Aber sie haben diese Wahrheit von sich gestoßen und Gott hat sie in ihrer Entscheidung ernst genommen. Darum wird Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Was wird Gott machen? Gott wird sie an ihre eigene Entscheidung ausliefern. So wie Paulus das schon einmal geschrieben hat in Römer 1, wo er das über die Verlorenheit und Gefangenheit der gesamten Menschheit in der Sünde beschreibt und wo er dann sagt in Römer 1 Vers 24 Darum hat Gott sie dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit sodass ihre eigenen Leiber untereinander entehren und dann bringt er die Homosexualität als Beispiel dafür als ein Beispiel von vielen anderen Sünden worin sich diese Aufruhr diese Rebellion gegen den Schöpfer dann artikuliert und zeigt und genau diesen Grundgedanken entfaltet Paulus hier Gott hat die die ihn ablehnen gewissermaßen ernst genommen in ihrer Ablehnung seines Evangeliums und seines Rufs zur Rettung erst wollten sie und dann mussten sie und die Folge dessen dass sie die Wahrheit von sich gestoßen haben ist eben nicht neutral Paulus sagt nicht sie haben die Wahrheit abgelehnt und dann war ihm nichts mehr sondern wer die Wahrheit ablehnt wird sich früher oder später immer mehr in die Lüge verstricken der Lüge glauben wie er hier sagt dein Herz ist kein Vakuum und je mehr du die Wahrheit ablehnst umso überzeugter wirst du irgendwann die Lüge mit Leidenschaft umklammern die Lüge verteidigen für die Lüge kämpfen das ist die Logik dieses Verses und dann wiederholt Paulus in Vers 10 fast noch einmal in Vers 12 erst hat er gesagt sie gehen verloren weil sie Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben und dann sagt in Vers 12 damit sie gerichtet werden die der Wahrheit nicht geglaubt haben sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit und hier sehen wir wie Paulus diese tödliche Logik gewissermaßen enttarnt man kann sagen Vers 10 weil sie die Liebe zur Wahrheit ablehnen Vers 11 glauben sie der Lüge und weil sie der Lüge glauben Vers 11 glauben sie nicht mehr der Wahrheit Vers 12 damit sie die der Wahrheit nicht geglaubt haben und weil sie nicht mehr der Wahrheit glauben Vers 12 a haben sie dann auch wohlgefallen an der Ungerechtigkeit Vers 12 b das ist eine Folge nochmal sie haben die Liebe zur Wahrheit abgelehnt sie glauben der Lüge sie glauben daraufhin nicht mehr der Wahrheit sie haben wohlgefallen an der Ungerechtigkeit hier geht es nicht um eine intellektuelle Debatte sondern hier geht es um Herzensentscheidungen und Paulus sagt am Ende lieben sie die Sünde sie verteidigen das Leben gegen Gott sie werden dem Antichristen dienen sie werden die Abkehr von Gottes Schöpfungsordnung bejubeln und sie werden den Retter Jesus Christus der sie aus all dem noch hätte herausreißen können Jesus Christus kann aus jeder aus jeder Sünde und Gefangenheit herausreißen den der nach ihm schreit das dürfen wir auch nie vergessen aber sie werden den Retter Christus eben nicht anrufen sie werden ihn verachten so wird es sein zur Zeit des Antichristen und so endet dieses kleine Porträt mit dem Paulus die Thessalonicher zugleich beruhigt und wach rüttelt einmal beruhigt er weil er sagt ihr braucht keine Angst zu haben ihr braucht keine Angst zu haben dass der Tag des Herrn unmittelbar bevorsteht und ihr die Entrückung verpasst habt es ist alles im Lot freut euch auf die Wiederkunft des Herrn aber ihr müsst wissen auch wenn der Antichrist noch nicht auf die Bühne der Welt getreten ist das darf er erst dann wenn Gott ihn offenbaren wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit Vers 7 ist jetzt schon am wirken es wird dann vollständig aufgedeckt werden aber es ist jetzt schon am wirken und darum müssen wir uns jetzt schon auf heftige Stürme einstellen und dafür wappnen jetzt schon der Teufel hat jetzt schon helfershelfer andere helfershelfer als der antichristen jetzt schon und seine dämonen sind wie wir aus Epheser 6 Vers 12 wissen jetzt schon am wirken und deshalb sagt Paulus in Vers 3 lasst auch ihr euch jetzt schon das füge ich das jetzt schon von niemandem verführen das heißt lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen weder durch Macht noch durch Täuschung noch durch verwirrende Irrlehren noch durch wirre Endzeitspekulationen was ihr jetzt mehr als alles andere braucht in Thessalonich und in Hannover und wohin immer sie morgen wieder reisen werden das ist Standfestigkeit und genau mit diesem wunderbaren Ziel schließt Paulus dann und kommen auch wir zu den letzten Versen dieses Kapitels also Falschmeldung über die Endzeit denen setzt Paulus Fakten über die Endzeit entgegen er entfaltet in diesem Zusammenhang dieses kleine Porträt des Antichristen über sein Auftreten sein aufgehalten werden seine Ausschaltung seine zwischenzeitliche Aufnahme und deshalb brauchen wir wir alle jetzt erst recht Festigkeit Festigkeit im Sturm der Endzeit und wodurch wir diese Festigkeit bekommen das finden wir hier in den letzten Versen die wir noch lesen 13 wir sind es aber schuldig Gott alle Zeit für euch zu danken vom Herrn geliebte Brüder Schwestern immer mit eingeschlossen generisches maskulinum dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heilung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt zu dieser Herrlichkeit hat Johannes Pflaum heute Vormittag viel gesagt so steht denn nun fest ihr Brüder und haltet fest an den Überlieferungen die ihr gelehrt worden seid sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns er selbst aber unser Jesus Christus und unser Gott und Vater der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade er tröste eure Herzen und er stärkt euch in jedem guten Wort und Werk fest igkeit im Sturm der Endzeit also jetzt nachdem Paulus so ernst gewarnt hat und nachdem er so schonungslos die Herausforderung beschrieben hat wechselt er volle Erleichterung man hört die Erleichterung hier richtig in den Modus des Dankes wir sind es schuldig sagt der Gott alle Zeit für euch zu danken und diese Dankbarkeit ist nicht geheuchelt Johannes hat das heute vor Mittag auch schon vermerkt das ist kein Zweck Optimismus das ist kein psychologisches Aufbauprogramm zur Gewinnung von Sympathien sondern es kommt aus dem tiefsten Herzen des Apostels er sagt wisst ihr warum ich gerade angesichts dieser ernsten Fakten so erleichtert bin ich will es euch sagen weil ich mir um euch keine Sorgen mehr zu machen brauche endlich mal jemanden um den ich mir keine Sorgen zu machen brauche sagt Paulus warum nicht weil ihr schon jetzt eine höchst solide Basis habt die euch vor dem straucheln bewahren wird und das ist der erste Unterpunkt die Basis eurer Stabilität die die verse 13 und 14 weil ihr diese Basis habt bin ich geradezu verpflichtet zu danken leute es wäre unrecht wenn ich nicht danken würde es wäre undankbarkeit meinerseits wenn ich Gott nicht mit fliegenden Fahnen gerade für euch danken würde und gerade für euer Glaubens Wachstum verstehen sie Paulus sagt hier nicht wir möchten Gott für euch danken und zwar alle Zeit wir wären theologische Schufte wenn wir das nicht täten und dieser Dank ist wie ein Refrain das ist fast wortgleich zu Kapitel 1 Vers 3 wir sind es schuldig Gott alle Zeit für euch zu danken das wiederholt er extra nochmal warum dieser Dank ist also wie eine große glückliche Klammer von 1 3 zu 2 zu 2 13 und dann nennt Paulus präzise theologische Gründe die ihn zum Dank für die Thessalonicher zwingen und treiben Paulus sagt nicht weil ich ein gutes Bauchgefühl habe danke ich mal für euch weil ich denke das wird mit euch schon gut klappen sondern er nennt zwei Gründe Vers 13 den 1 Vers 14 den 2 er sagt wofür danke ich warum habe ich Grund für euch zu danken zu danken dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heilung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit Gott hat euch erwählt das heißt ihr glaubt Jesus weil Gott euch von Ewigkeit her erwählt hat und wörtlich schreibt ihr dazu als Erstlings Frucht also als Erster aus dieser Region in Thessalonike wir werden morgen noch einen kleinen Einblick bekommen unter welchen Bedingungen das damals gelaufen ist als Erster aus der Region und zwar hat er euch wozu erwählt zur Rettung Er hat euch dazu erwählt in den Himmel zu kommen ewiges Leben zu bekommen seine Kinder zu werden das heißt ihr lieben eure Rettung die ihr an Jesus glaubt ist fest verankert in Gottes Entscheidung das ist die Basis all eurer Standfestigkeit Gottes Standfestigkeit darum bin ich so erleichtert er ist der Anker eurer Heilsgewissheit so wie es der Jesus schon gesagt hat in Johannes 15 Vers Geld das sagt Paulus hier und darum hat er unsere Namen in seinem Buch geschrieben die niemand mehr auslöschen kann kein Antichrist kann uns da jemals wieder rausstreichen Offenbarung 13 Vers 8 und Paulus sagt weiter mit seiner Erwählung garantiert Gott euch das gesamte Paket in der Heiligung durch den Geist er wird dafür sorgen dass ihr im Glauben wachst dass ihr gehorsam werdet dass ihr treu werdet dass ihr ihm dienen werdet das ist Teil des Pakets und er hat euch erwählt im Glauben an die Wahrheit so wie ihr bei eurer Bekehrung damals erstmalig die Wahrheit ergreifen durftet und euch mit eurer ganzen Existenz an Jesus klammern durftet als den von dem ihr alle Rettung vor Sünde Tod und Teufel erwartet so wird eure Liebe zu dieser Wahrheit immer mehr wachsen und deshalb geht ihr den Kontraweg zu dem der Ungläubigen von dem es in 212 heißt sie haben der Wahrheit nicht geglaubt das ist Teil des gesamten Pakets und Leute darum freue ich mich Martin Lloyd Jones hat das einmal ausgedrückt wie das nur ein Hirte ausdrücken kann in einer Predigt über Epheser 4 Vers 23 wo Paulus sagt dass wir als Christen erneuert werden im Geist unserer Gesinnung also dass wir in dem was unser Denken prägt und antreibt und gestaltet durch den Heiligen Geist im Lauf unseres Christendemens immer mehr von Jesus geprägt werden und verwandelt werden hat Martin Lloyd Jones gesagt es gehört zu den herrlichsten und faszinierendsten Dingen die einem Leben geschehen können ich rede hier als Pastor ich weiß von nichts schönerem und beeindruckenderen und dankbar stimmenderen als zu beobachten wie einige meiner Freunde genau diesen Prozess durchlaufen von dem Epheser 4 Vers 23 spricht dass sie erneuert werden im Geist ihrer Gesinnung das ist so wundervoll es bedeutet nicht einfach dass sie aufhören Dinge zu tun die sie vorher gewohnt waren zu tun und es bedeutet auch nicht nur dass sie jetzt anfangen Dinge zu tun die sie vorher nicht getan haben und in einer neuen Weise reden ja das auch aber was am faszinierendsten ist und am herzerwärmendsten ist zu sehen wie ihr gesamtes Denken ihr gesamter Zugang zur Wirklichkeit verändert wird weil sie Christen geworden sind und man hört in der Weise dass Martin Lloyd-Jones schreibt das noch viel schöner als man das ins Deutsch übersetzen kann das Glück und die Freude des Predigers der miterleben darf wie das gesamte Denken und Streben derer die mit ihm im Wort Gottes studieren zu Christus hin verändert wird Brüder wir sind es schuldig Gott alle Zeit für euch zu danken aber Paus will dass seine Leser ganz gewiss sind und genau verstehen worin unsere Sicherheit nun begründet ist und darum setzt er noch mal an noch eine weitere Differenzierung und er erklärt noch mal wie Gott nun seine ewige Erwählung hier auf der Erde verwirklicht wie dieser rettende Glaube nun in unserem Leben praktisch zustande kam in jedem Leben von uns sofern wir zu Jesus gehören und das kommt in Vers 14 in Vers 13 sagt er Gott hat euch erwählt und in Vers 14 sagt er Gott hat euch berufen Gott hat euch berufen durch unsere Verkündigung des Evangeliums zu dem großen Ziel dass ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt Gott hat euch berufen sagt Paulus und Paulus meint hier das was die Theologen die effektive Berufung nennen er hat euer Herz erreicht und überführt die Erwählungserscheinung die Gott vor Grundlegung der Welt getroffen hat also wenn sie das bildlich vergleichen das Planungsbüro im fünften Stock er hat euch erwählt er hat gesagt der gehört zu mir und den lasse ich nie mehr aus meinen Hennen und dann hat er diese Erwählungsentscheinung mit dem Fahrstuhl runtergebracht in die Werkstatt wo das Werkstück gebaut wird und dieser Fahrstuhl aus der Ewigkeit in dein Leben das ist die Berufung und wie hat er das gemacht durch das was ja nicht unser Evangelium sondern das Evangelium Christi ist er hat es gemacht er hat euch erwählt er hat euch berufen und was ist das Ergebnis damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt das ist alles was hier gesagt werden muss und weil Gottes Methode funktioniert weil Gottes Plan aufgeht dürfen wir Heilsgewissheit haben schauen Sie in diesen beiden kostbaren Versen da schlägt Paulus den großen Bogen von der ewigen Erwählung in Vers 13 zur ewigen Vollendung in der Herrlichkeit Vers 14 und er sagt das ist das große Ziel eures Glaubens zu dem der euch erwählt hat und berufen hat durch unser Evangelium und ihr dürftet euch bekehren und Christus an ihn klammern und er führt euch jetzt zu dieser Herrlichkeit so dass ihr an seiner Herrlichkeit teil habt es es geht darum dass ihr seine Herrlichkeit ehrt und lobt und betet und preist Gott bestimmt den Anfang Gott bestimmt das Ende und Gott überwacht den gesamten Prozess so hat es Paulus auch in Römer 8 Vers 28 bis 30 beschrieben in dieser katena aurea wie man es nennen kann in dieser goldenen Kette ab Vers 28 wir wissen aber dass alle Dinge zum besten dienen denen die nach dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden damit er also Jesus der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern die er vorher bestimmt hat die hat auch berufen die er berufen hat die er auch gerechtfertigt die er gerechtfertigt hat die hat er auch verherrlicht das ist so sicher dass das kommen wird dass Paulus schon im Vergangenheitstempos davon reden kann und das ist genau dieser Bogen den er hier spannend und darum mache ich mir keine Sorgen um eure Standfestigkeit weil sie sicher umschlossen ist eingebettet ist geborgen ist in Gottes Standfestigkeit und ich wäre nochmal ein Schuft wenn ich Gott dafür nicht danken würde ich wäre stumpf ich wäre undankbar ich wäre blind was wir hier vor uns haben in diesen Versen 13 und 14 ist eine Miniatur höchster systematischer Theologie die Paulus wie mit einem Feinleiner in diese zwei Verse hinein zeichnet das ist faszinierend und in dieser höchst filigranen Theologie von der Erwählung bis zur Verherrlichung steckt für uns alle eine enorme praktische Konsequenz und diese praktische Konsequenz bedeutet unsere Sicherheit und unsere Festigkeit und unser Glück und unser Getrostsein hat ihren Grund nicht in unserer Konsequenz nicht in unserer Geschicklichkeit hat ihren Grund nicht in unserem Charakter und nicht in unserem Mut sondern hat ihren Grund zuerst und zuletzt in Gottes unzerstörbarer ewiger Wahrheit in seinem heiligen Entschluss und in seiner ewig wehrenden Treue wie befreiend ist das wie befreiend ist das aber diese Souveränität bewirkt jetzt gerade nicht nächster Fähr ist das dass wir uns auf die faule Haut legen und in unserer Wachsamkeit nachlassen sondern ganz im Gegenteil schauen Sie wie es weitergeht Vers 15 so steht nun fest ihr Brüder und haltet fest an den Überlieferungen die ihr gelehrt worden seid durch ein Wort oder durch einen Brief von uns das ist die Bedingung eurer Stabilität eben habe ich euch die Basis eurer Stabilität gezeigt und jetzt kommt die Bedingung ihr seid keine Marionetten ihr seid mündige Kinder Gottes ja ihr lebt unter dem Schutz der Heiligung ihr liebt das Wort Gottes und deshalb seid ihr gewürdigt jetzt in diesem geistlichen Kampf mitzukämpfen in diesem geistlichen Dienst mitzulieben und mitzudienen ihr seid jetzt berufen Verantwortung zu übernehmen ihr seid berufen Opfer zu bringen ihr seid berufen andere mitzuziehen steht fest und haltet fest und ihr lieben diese Aufgabe könnt ihr nur wahrnehmen wenn ihr euch fest an die apostolische Überlieferung haltet sei es durch ein Wort oder einen Brief von uns im Gegensatz zu den Worten und Briefen und Pseudo Geistergüssen der Irrlehrer von denen ich in Vers 3 geschrieben habe das ist die Bedingung eurer Stabilität morgen wird Paulus ausführlicher nochmal auf diesen Punkt also ich werde morgen ausführlicher eingehen auf diesen Punkt weil Paulus im nächsten Kapitel das beschreiben wird und deswegen können wir auch sagen morgen wird er darauf eingehen weil dieser Punkt so wichtig ist deswegen kann ich den heute etwas kürzer machen aber ich weise hier nur darauf hin dass Paulus mit diesen beiden Imperativen noch mal auf das Bild vom Sturm zurückkommt das wir schon in Vers 2 hatten sie sollen weggerissen werden und jetzt sagt er hier steht fest und haltet fest ihr braucht ein dickes stabiles Seil das nicht reißt ihr braucht einen festen starken Anker der euer gebeuteltes Schiff hält und trägt und dieses feste Seil und dieser massive Anker ist die Paradosis ist die Überlieferung Wort oder Brief von uns aber nur diese Überlieferung die ihr gelehrt worden seid sei es durch ein Wort oder Brief von uns und von niemandem sonst es zählt nur eine einzige Überlieferung und das ist das apostolische Original wir empfangen das Wort Gottes aus den Händen der Apostel wenn wir morgen noch kurz etwas dazu sagen nicht sonst und bereits im ersten Thessalonicher Brief hatte Paulus das ja geschrieben 1. Thessalonicher 2 Vers 13 wo er sagte 1. Thessalonicher 2 Vers 13 darum danken wir auch Gott unablässig dass ihr als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt es nicht als Menschen Wort aufgenommen habt sondern als das was es in Wahrheit ist als Gottes Wort Menschen Wort hilft euch nicht euch hilft nur Gottes Wort und daran haltet fest und dann wisst ihr was die Irrlehrer sagen und was Gott sagt das hatten sie ja gemerkt wie umkämpft das ist und so umkämpft ist es bis heute geblieben schauen sie sich die Rezension zu diesem eigentümlichen Buch aus diesem SCM Verlag an auf meiner Homepage und hier liegt im Übrigen die große Not des Katholizismus aber nicht nur die Not des Katholizismus sondern auch die große Versuchung mancher Kreise der charismatischen Bewegung nämlich die Exklusivität der apostolischen Paradosis aufzuweichen die Abgeschlossenheit der biblischen Überlieferung des verbindlichen Redens Gottes aufzuweichen und zu sagen der Herr hat mir aber gesagt und da hatte ich eine Vision und dort meinte ich etwas zu vernehmen Paulus sagt es zählt nur die Paradosis und nur die echte Paradosis die Paradosis von uns die Paradosis der Apostel aus deren Händen ihr am Ende den Kanon der Bibel empfangen werdet und dann kommt Paulus zum Schluss dieses aufwühlenden und aufgewühlten Kapitels und wir merken wie er alles versucht um die Thessalonicher getrost zu machen aber mit Argumenten und mit Wahrheit nicht getrost zu machen zu sagen Leute habt euch nicht so und beruhigt euch mal und jetzt singen wir noch drei Chorusse und dann ist gut da hätten sie nichts davon sondern er macht es Schritt für Schritt für Schritt weil nur die Wahrheit getrost macht und dann kommt der letzte Punkt die letzten beiden Verse dann haben es geschafft Vers 16 und 17 er selbst aber er selbst aber unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade er er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk das ist die Bewahrung der Stabilität man hat so den Eindruck bei dieser Fülle dieser letzten beiden Verse lesen sich das zu Hause noch mal selber laut vor oder heute Abend im Quartier Paulus holt noch mal alles raus er überschüttet uns geradezu mit Verheißung man merkt richtig wie er von Freude und Erleichterung ergriffen ist er selbst aber unser Jesus Christus und unser Gott und Vater der uns geliebt hat und hat uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben durch Gnade er tröst eurer Herzen es bricht aus ihm heraus und Paulus sagt ihnen folgend Leute so stark der Druck ist so heißt die Schlacht auch tobt das wichtigste Wort steht übrigens auch im griechischen hier ganz am Anfang er selbst autos und sie sehen wie schön Paulus unsere Aufgabe dieses festhalten wie er das gewissermaßen sandwiched wenn man das so sagen will er baut es ein in die Basis unserer Stabilität und in die Bewahrung unserer Stabilität und da drinnen ist unsere Bewährung könnte er selbst er hat uns geliebt und schauen sie hin er schenkt uns beides sagt Paulus er schenkt uns ewigen Trost und gute Hoffnung ewigen Trost und gute Hoffnung und wir müssen das immer wissen der Zusammenhang von Trost und Hoffnung ist keine Floskel ja so Trost und Hoffnung sondern eine zwingende Notwendigkeit warum weil Trost ohne Hoffnung nur Vertröstung wäre verstehen Sie es gibt kein Trost ohne Hoffnung Trost ohne Hoffnung ist ein Trösterchen ein Flästerchen Trost hilft nur dann wirklich wenn er ewiger Trost ist wie Paulus hier sagt ewiger Trost und warum ist dieser Trost ewig warum kann er nicht zerstört werden durch Krankheit und Tod und Abschied weil er gegründet ist auf gute Hoffnung die Hoffnung die den Tod auf ewig besiegt und die Verdammnis und die Verzweiflung Trost hilft nur wirklich wenn er ewiger Trost ist und den gibt es nur durch lebendige Hoffnung die die Schallmauer des Todes durchbricht und das sagt Paulus haben wir in Jesus das das habt ihr in Jesus unserem und unserem geliebten Vater im Himmel und schau hin sagt Paulus der ist nicht stoisch dieser Vater im Himmel der sitzt fest auf seinem Thron aber er hat sich dorthin nicht zurückgezogen sondern er ist jetzt schon ganz nah an deinem Leben dran sieh doch er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk deshalb kann ich euch ja diesen apostolischen Segen zusprechen sagt Paulus das ist Realität er tröste euch er stärke eure Herzen heute am 25 September und an jedem weiteren Tag der kommt er tröste euch er stärke euch in jedem guten Werk und Wort hier ist kein einziges Wort überflüssig und hier ist auch kein einziges Wort unbeabsichtigt sondern so dem Apostel geschenkt durch den Heiligen Geist und damit richtet Paulus am Ende dieses stürmischen Kapitels in dem es wirklich stürmisch zuging in dem es darum ging dass wir weggerissen werden von einem nüchternen Urteil sollten wir und dass wir ein festes Seil brauchen und einen soliden Anker in dem Paulus uns das gesamte Drama das künftige Drama des Antichristen vor Augen geführt hat in dessen Licht wir die Vorläufer Dramen viel besser einordnen können ganz am Ende richtet er unseren Blick auf die beschützende Gemeinschaft die er uns jetzt schon miteinander schenkt auf diese beschützende Gemeinschaft die er uns jetzt schon miteinander schenkt er tröst eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk euch im Plural er richtet unseren Blick am Ende auf diese Gemeinschaft die wir jetzt schon haben ihr Lieben dass wir an seiner Hand jetzt schon gemeinsam durch diese Zeiten gehen dass wir einander jetzt schon tragen dass wir einander jetzt schon dienen mit jedem guten Wort und Werk wie viele gute Worte sind gesprochen worden in der Vorbereitung dieser Bibeltage wie viele gute Werke wurden verrichtet teilweise unter Krankheit von Geschwistern teilweise unter schwierigen persönlichen Rahmenbedingungen aus Liebe zu Jesus aus Liebe zueinander aus Liebe zu den vielen die kommen sollten und gekommen sind wie viele gute Worte und Werke sind gesprochen und getan worden dass Geschwister um andere Geschwister gerungen haben um sie mit hierher zu bringen und sich die großartigsten Fahrtrouten überlegt haben wie sie dann noch alle rechtzeitig in das richtige Auto bekommen um hier dabei zu sein stärke euch in jedem guten Wort und Werk und damit schließt Paulus den Kreis zum Anfang des Kapitels wo er uns daran erinnert hatte worauf wir als Gemeinde eigentlich zu leben worauf leben wir als Gemeinde eigentlich zu wir leben zu auf die Vereinigung mit unserem Herrn unsere Vereinigung mit ihm das ist das Ziel das steht in Vers 1 darauf gehen wir zu darauf also auf unsere Entrückung und wir wissen aus dem ersten Thessalonicher Brief Kapitel 4 dass dann auch die in Christus Entschlafenen dabei sein werden ja dann werden auch jene Glaubensgeschichte dabei sein die uns schon vorausgegangen sind in Vers 16 wie Paulus das sagt der Herr selbst wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und nachdem wir die wir leben also von denen gesprochen die dann leben und zusammen mit ihnen werden wir entrückt werden und das nimmt er dann wieder auf in Vers 1 die Vereinigung mit ihm und jetzt kommt eine letzte Entdeckung die mir erst aufgefallen ist bei dieser Vorbereitung für heute Nachmittag das Wort das Paulus hier verwendet Episynagoge zur Vereinigung mit ihm dieses Wort gibt es im ganzen Neuen Testament nur noch einmal und wisst ihr wo dieses Wort steht es steht in jenem Vers der uns im Kampf um den Gottesdienst während der letzten 18 Monate besonders wichtig geworden ist nämlich in Hebräer 10 Vers 25 in Hebräer 10 Vers 25 und den meisten aus dem Umfeld unserer Gemeinde ist dieser Vers fest im Gedächtnis wo wir aufgefordert werden Hebräer 10 Vers 25 unsere eigenen Versammlungen nicht zu verlassen verlasst nicht eure Episynagoge steht dort sondern ermahnt einander und jetzt fügt sich das zusammen das heißt unser reales zusammenkommen zum Gottesdienst Sonntag für Sonntag unser reales miteinander singen um den Herrn zu loben und gemeinsam real sein Wort zu studieren und uns nahe zu sein und Gemeinschaft miteinander zu haben und uns zu trösten und zu stärken das ist die Vorstufe Episynagoge die Vorbereitung für jene endzeitliche Episynagoge der Gottesdienst ist die Vorstufe der Entrückung für jene letzte wunderbare Episynagoge die der Herr dann einsammeln wird wenn er wiederkommt um uns nach Hause zu holen und uns in jene Heimat zu bringen die er für uns vorbereitet hat und darum gehören wir schon jetzt zusammen darum tragen wir schon jetzt Verantwortung füreinander darum kommen wir schon jetzt hier zusammen als reale Gemeinschaft auch zu diesen Bibeltagen und wir halten zusammen und wir bleiben zusammen und wir bleiben beieinander auch wenn wir dann morgen wieder in unterschiedliche Gegenden reisen werden wir gehören schon jetzt zusammen und darum lasst uns jetzt schon einander dienen mit jedem guten Wort und Werk und dabei dürfen wir fest wissen und vertrauen dass der Herr wie es hier in diesem letzten Vers deutlich wird nahe nahe an uns dran ist und dass du dich auf diesen Vers stellen kannst und sagen ja er wird mein Herz trösten und er wird mich stärken in jedem guten Wort und Werk denn ich bin Teil jener Episynagoge ihr einmal zu sich nach Hause holen wird und darum können wir heute schon mit Freude dieses Lied bekennen es kennt der Herr die seinen und hat sie stets gekannt die großen und die kleinen in jedem Volk und Land er lässt sie nicht verderben er führt sie aus und ein im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein er kennt sie an der Liebe und ihrer Hoffnung Mut die fröhlich auf dem einen dass er der Herr ist ruht in seiner Wahrheit glanze sich sonnet frei und kühn die wunderbare Pflanze die immer da ist grün er kenne seine Scharen am Glauben der nicht schaut und doch dem wunderbaren und unsichtbaren als sehr er ihn vertraut der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort genährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt das ist unser Glaube der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort genährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt und dann stimmen wir ein in diese Bitte so hilf uns Herr zum Glauben und halt uns fest dabei lass nichts die Hoffnung rauben die Liebe herzlich sei und wird der Tag erscheinen da dich die Welt wird sehen so lass uns als die Deinen zu deiner Rechten stehen Herr dafür danken wir dass das die Wahrheit ist wir danken dir dass du mitten in unsere aufgewühlte Zeit hinein uns diesen klaren Blick auf deine Zukunft schenkst dass du uns tröstest dass du uns gewiss machst dass der Antichrist nicht entfesselt auf die Bühne der Welt Geschichte springen darf wann er es will sondern dann wenn du ihn offenbaren wirst Herr und wir danken dir dass du deine Gemeinde behütest so wie du die Thessalonicher behütet hast und dass du uns jetzt schon so beieinander hältst wie uns dann einmal zu dir versammeln wirst auf ewig Herr und hilf dass wir uns mitnehmen lassen dass wir treu sind dass wir in Liebe und Geduld und Verzeihen und Opferbereitschaft auch einander dienen weil wir dich lieb haben und weil wir durch dich dann auch einander lieb haben Herr wir beten dich an dafür dass du deine Gemeinde durchträgst bis zum Ziel Herr und wir bitten dich dass wenn jemand dieses hört und diese Worte gelesen hat der noch nicht zu den deinen gehört Herr der noch nicht sein Leben bei dir in Sicherheit gebracht hat dass er dass er sich rufen lässt Herr lass doch das Wunder geschehen dass deine Wahrheit in seinem Herzen die Sünde und den Widerstand überwindet Herr und dass noch viele viele dazukommen und dabei sein werden wenn wir dann vor deinem Thron gemeinsam dich noch viel vollkommener ehren und anbeten werden so wie wir das heute schon versuchen mit unseren gebrochenen Worten zu tun dir sei alle Ehre und Anbetung du lieber guter Herr Amen